Die schönsten Wochen des Jahres halten Sie mit dem digitalen Camcorder Deep Blue 640FX von Somicon im Bild und Ton fest. Der ultraleichte und sehr kompakte Camcorder zeichnet mit seinem 3 Megapixel Bildsensor in einer fürs Internet optimierten Auflösung auf. Auf dem 2 Zoll großen TFT-LC Farbdisplay können Sie Ihre Bilder und Videos direkt nach der Aufnahme ansehen. Oder Sie schließen den Camcorder über den TV-Ausgang an einen Fernseher an und begutachten Ihre Aufzeichnungen im Großformat. Die Batterielaufzeit des Winzlings ist riesig. Mit zwei herkömmlichen Mignon-Batterien läuft der Camcorder bis zu 10 Stunden. Mit dem praktischen Schieber enthüllen Sie den USB 2.0-Anschluss immer dann, wenn Sie ihn brauchen. Sonst ist der Stecker sicher im Gehäuse verstaut. Um Ihre Meisterwerke schnellstmöglich auf dem PC zu bringen, speichern Sie Fotos und Filme in den Formaten AVI und JPEG direkt auf eine Speicherkarte. Die komfortable Videosoftware mit Upload-Funktion sorgt im Anschluss dafür, dass Sie Ihre Aufnahmen schnell nachbearbeiten und ins Internet hochladen können. Mit der wasser- und sanddichten Tauchtasche ist Ihr neuer Beach Camcorder sogar bei Schnorchel-Abenteuern immer dabei. Dank der praktischen Umhängekordel eignet sich die Tasche auch prima für Ausflüge. Abgedichtet mit dem Dreifachverschluss und zusätzlich gesichert durch die Druckknöpfe ist die Tasche mit glasklarem Panoramafenster wasserdicht bis zu einer Tiefe von drei Metern. Lassen Sie alle an Ihren einmaligen Urlaubserlebnissen am Strand und im Wasser teilhaben. Das unschlagbare Duo aus Camcorder und Unterwassertasche macht's möglich.